Eine wirklich kuriose Neuheit von Panasonic, dazu eine Prise von dem kleinsten Vollformat Zoom der Welt und Fujis Schritt ins digitale Halbformat. Und obwohl viel los war, habe ich am Ende dieser Folge noch einen kleinen Fototipp für euch. Also, auf geht's! Hallo alle miteinander, wir treffen uns wieder, um über die Themen der Woche zu sprechen. Mein Name ist wie immer Benjamin Lux und ich empfehle euch wärmstens, Fotografx News auf YouTube oder der Podcast-Plattform eurer Wahl zu abonnieren. Und auch diese Woche gibt es einen Sponsor. Fotokoch, euer und unser Partner für Fotografie und Videografie, bietet aktuell eine neue Sigma Cashpack-Aktion. Dabei könnt ihr bis zu 200 Euro sparen, wenn ihr euch für eines der teilnehmenden Objektive entscheidet. Alle Infos findet ihr über den Link in der Podcast- und Videobeschreibung. Den Anfang macht die neue Panasonic S5D, die als Nachfolgerin der beliebten S5 aus dem Jahr 2020 erscheint. Und zugegeben war ich erst richtig angetan, als ich mir die Kamera zum Launch angeschaut habe. Denn zu einem günstigen Preis von 1600 Euro inklusive dem neuen 18-40mm f4.5-6.3 bekommen wir eine Vollformat-Kamera mit 24 Megapixeln, Bildstabilisator, 4K-Video mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde und 10-Bit-Farbtiefe sowie einen DFD-Autofokus mit Gesichtsaugen und T-Erkennung. Dazu kommen spannende Features für eine Hybrid-Kamera wie Dual-Native ISO, ein Display, das ihr nach vorne klappen könnt und eine neue Kompatibilität zu DJI's LiDAR-gestütztem Range feiner Modul. Dieses verbessert den Autofokus dann nochmal deutlich und könnte die S5D damit zu einer echt spannenden Zweitkamera machen, wenn man schon ein Sortiment an L-Mount-Objektiven hat. Allerdings, und an dieser Stelle verkürze ich die ausführliche Vorstellung der Kamera ein wenig, ist die Unterstützung des DJI LiDAR schon so ziemlich die einzige Neuerung der Kamera. Falls ihr aktuell also überlegt, euch die S5D zu kaufen, möchte ich daher lieber einen kleinen Preisvergleich bieten. Denn Stand Oktober 2024 kostet die S5D mit dem Objektiv 1600 Euro. Das Gehäuse könnt ihr aktuell nicht einzeln kaufen. Panasonic's neues 18-40 kostet zum Start 579 Euro. Ziehen wir diesen Preis also ab, wird man für die S5D netto 1021 Euro zahlen. Für das Gehäuse der älteren Panasonic S5 zahlt ihr aktuell 949 Euro bei verschiedenen Händlern. Die Daten habe ich mir aus der Preisvergleichsplattform Geizhals entnommen. Hier sehen wir im Preisverlauf der letzten Monate aber auch, dass der Preis zwischenzeitlich schon bei nur 849 Euro lag. Da in den nächsten Wochen einige Rabatte zu erwarten sind, nach dem Amazon Prime Day vor allem ja am Black Friday im November, schätze ich mal, dass ein ähnliches Preisniveau für die S5 wiederkommt. Das Kit-Objektiv der neuen S5D ist zwar schön klein und leicht, mit einer Offenblende von f4.5 ist es aber relativ lichtschwach. Mit seinem weitwinkeligen Brennweitenbereich kann das Bundle dann durchaus sinnvoll sein. Eventuell lohnt es sich aber auch, zur günstigen S5 zu greifen und sich dann eben für ein anderes Objektiv zu entscheiden. Was meint ihr zu neuen S5D? Weitere technische Daten gibt es natürlich in unserer News bei Fotografics. Schreibt mir aber ganz ganz gerne eure Meinung hier in die Kommentare auf YouTube. Auf das neue 18-40mm f4.5-6.3 von Panasonic möchte ich jetzt natürlich auch nochmal eingehen. Denn mit einem Gewicht von nur 155g und einer Länge von knapp 4,1cm ist das Vollformat-Zoom nämlich wirklich kompakt. Der Hersteller spricht sogar vom leichtesten und kleinsten Vollformat-Zoom der Welt. Ohne Crop ist der Brennweitenbereich von 18-40mm natürlich sehr weitwinklig. Denkt aber auch daran, dass die meisten DSLMs auch von Panasonic den Bildausschnitt bei 4K und höherem Bildwiederholraten oder etwa auch für die Bildstabilisierung verkleinern. Konstruiert ist das neue Objektiv aus 8 Linsen in 7 Gruppen. Bei 6 der Linsen handelt es sich dabei um Speziallinsen, um die optische Bildqualität ein bisschen zu verbessern. Panasonic bringt zudem trotz der kompakten Maße einen manuellen Zoomring und einen elektronischen Fokusring unter. Überrascht bin ich zudem davon, dass das Gehäuse trotz des eher geringen Preises gegen Staub und Spritzwasser abgedichtet ist. Wie eben bereits erwähnt liegt die UVP bei 579 Euro. Das ist durchaus günstig für ein neues Vollformat-Objektiv. Die ersten Tests sehen allerdings eher weniger vielversprechend aus. Die Kollegen von Peter Pextelli auf YouTube kritisieren die matschigen Sonnensterne. Das Bokeh soll ziemlich unruhig sein im Hintergrund. Und vom reduzierten Fokusatmen, das Panasonic verspricht, ist wohl auch nicht so ganz so viel zu sehen. Dafür loben sie aber die Schärfe in der Bildmitte an der Panasonic S9. Müssen aber dazu auch sagen, dass die Ränder auch selbst beim Abblenden auf F8 eher unscharf bleiben. Link zum Video habe ich natürlich wieder in die Shownotes gepackt. Und ich will betonen, ich will die neuen Panasonic-Produkte natürlich nicht schlecht reden. Aber es lohnt sich eben immer, bei vermeintlich günstigen neuen Produkten inklusive Superlativen im Marketing ein bisschen genauer hinzuschauen. Apropos genauer hinschauen, leider muss ich euch auch von weiteren Problemen im Zusammenhang mit der Canon EAS R5 Mark II berichten. Zuletzt hätte Canon Japan ja starke Lieferverzögerungen kommunizieren müssen. Und jetzt scheinen einige Kunden Probleme mit der Kamera zu haben. Unter anderem seien 4K-Videoaufnahmen bei 60 Bildern pro Sekunde nicht so scharf, wie erst erwartet. Die Kamera greift dabei nämlich auf eine Technologie namens Lineskipping zurück. Und das scheint die Bildqualität dann wohl doch relativ stark negativ zu beeinflussen. Nimmt man dann in 30 Bildern pro Sekunde oder in 24 Bildern pro Sekunde auf, gibt es im hochwertigeren Feinmodus deutlich schärfere Videos. Und auch in 8K ist die Auflösung natürlich deutlich besser. Enttäuschender für die meisten Kunden ist aber wohl ein Autofokus-Problem, das offenbar mit dem Tracking der Kamera zusammenhängt. Canon Rumors spricht von Canon-Kunden, der seine Kamera wegen eines zittrigen Autofokus-Rahmens einschicken musste. Canon tauschte daraufhin einen Multicontroller aus und leider bestand das Problem dann wohl auch weiterhin. Canon schlägt daher vor, die Bildwetterholreiter des Displays hochzustellen und die Informationen, die das Display, sowie auch der elektronische Sucher anzeigen, auf ein Minimum zu reduzieren. Klingt also doch vielleicht nach einem Software-Problem. Es gibt also Hoffnung, dass Canon hier ein Firmware-Update nachliefert. Falls es hier Neuigkeiten gibt und die die Kamera schon nutzt, dann teile ich euch das natürlich umgehend mit. Die Seite Fuji Rumors hat meine Spekulationen von letzter Woche wohl über das neue Sensor-Format an einer der nächsten Fuji-Kameras beantwortet. Also nicht direkt, aber das für gewöhnlich ziemlich gut informierte Magazin will erfahren haben, dass Fuji tatsächlich an einer Kamera mit einem 1-Zoll-Sensor arbeitet. Dabei ist auch die Rede von einer digitalen Halbformat-Kamera, was aber eher auf eine ambitionierte Marketing-Strategie hinweisen sollte. Kameras mit 1-Zoll-Sensoren gibt es ja durchaus bereits auf dem Markt. Entweder in den durchaus beliebten RX100-Kompakt-Kameras von Sony oder sogar auch schon in einigen Kamera-Smartphones. Wie Fuji dieses neue Sensor-Format also einsetzen will, bleibt natürlich noch abzuwarten. Am Ende steht und fällt es wahrscheinlich an dem, was Fuji daraus macht. Und hier hatte der Hersteller mit Modellen wie der X106 ja in der Vergangenheit echt schon einen ganz, ganz guten Riecher. Vielleicht erfahren wir schon am 14. Oktober mehr, denn da findet schließlich Fujis nächster X-Summit statt. Und dort sollten wir zumindest die XM5, ein neues 16-55mm f2.8 sowie ein 500mm f5.6 als neue XF-Objektive sehen. Zu guter Letzt noch eine News von Viltrox, bei der ihr eventuell sogar selbst ein neues Objektiv ausprobieren könnt. Denn mit den neuen Lab-Objektiven, also LAB-Objektiven, will Viltrox ja eine neue Profi-Objektiv-Serie an den Start bringen. Und jetzt soll das Viltrox AF 135mm f1.8 LAB final präsentiert werden. Am 20. Oktober gibt es dabei ein Touch-and-Try-Event in Berlin, bei dem man sämtliche Autofokus-Objektive von Viltrox ausprobieren kann. Und unter anderem sollte man da wohl auch das neue Lab-Objektiv für den Sony E-Mount ausprobieren können. Wollt ihr euch für die Veranstaltung anmelden, dann steuert einfach mal die Homepage von Valuetec an. Die Kollegen Matthias Proske und Michael Zigan, liebe Grüße an dieser Stelle, sind Gastgeber an diesem Abend und hosten eben auch die Anmeldung für die Veranstaltung. Standfinden wird es in einem Fotostudio hier in Berlin und zwar in Friedrichshain-Kreuzberg. Ich habe es auf jeden Fall schon mal im Kalender stehen und falls ihr auch da seid, dann sehen wir uns vielleicht. Und damit schicke ich euch langsam aber sicher ins Wochenende. Will euch aber vorher noch einen kleinen netten Fototipp mit auf den Weg geben. Denn, ziemlich spannend, über Deutschland lassen sich mal wieder Nordlichter fotografieren. Am Abend vor dieser Aufnahme bin ich nochmal für 20 Minuten rausgegangen und selbst in Berlin konnte ich das Leuchten am Himmel ganz, ganz gut fotografieren. Aber vertraut dabei euren Augen am besten nicht oder ein bisschen weniger, denn in der Lichtverschmutzung habe ich mit bloßem Auge kaum was erkennen können. Also, warm anziehen, Stativ mitnehmen und mit ein bisschen Glück könnt ihr die Nordlichter knipsen, ohne nach Island oder Norwegen oder irgendwo anders hinzufahren. Viel Spaß dabei, ich freue mich auf eure Bilder in der Fotografx-Leser-Galerie. Bis nächste Woche und dann würde ich sagen, auf Wiederhören. Ciao! Ciao!